Hey und welcome back here zu einem neuen Video. Heute bin ich bei der DLRG und ich habe sogar ein Schild bekommen. Erstmal alles aus dem Auto, das macht aber Olli. Wir gehen schon mal rein und gucken, was da so los ist. So, zu ihr wollen wir nämlich jetzt hier. Ja, hallo, ich bin Nadja von der DLRG, es gibt die Köpenick, wir feiern heute hier und Sherry ist heute unser Endact sozusagen und wir freuen uns ganz doll auf ihren Auftritt. Wir sind schon ganz gespannt. Wir sind richtig cool auf jeden Fall. Hallo, was machst du denn hier Schönes? Ja, genau, ich bin der Leiter Einsatz dieses Bezirkes. Wir bekümmen mit der Energie, kümmere mich so ein bisschen um alle Dinge, die hier im Einsatz passieren, das heißt Medizin, Wasserrettungsdienst, grundsätzlich um Materialbeschaffung oder auch Einsatzbeschaffung sozusagen, was du nennen kannst. Es kümmere mich darum, dass Einsätze an Land bezogen werden, dass ich auch so ein bisschen geguckt habe, wie viel Klasse mehr brauche ich denn für den Einsatz und was brauche ich auch an Material, vielleicht auch im Hintergrund, was brauche ich eigentlich an Material überhaupt, um Einsätze überhaupt, Gefahren zu bringen. Nicht schlecht, also so den ganzen organisatorischen Part, wenn man so will. Den organisatorischen Part hinter dem Einsatzgeschehen, genau. Planen, organisieren, besorgen. Absolut. Wichtigster Part, ohne dich läuft dann am Ende nichts. Dann sind es mal alle rum. Ohne den ganzen Vorstand läuft gar nichts, genau, aber ohne mich läuft im Einsatzbereich nichts. Machst du das hauptberuflich, oder? Nein, wir alle in der DLRG, wir in DLRG machen das ehrenamtlich, das heißt wir machen das neben dem Ruf, machen das ohne Geld, machen das in unserer Freizeit, einfach aus der Überzeugung heraus, dass wir Spaß daran haben, dass andere Spaß daran haben, dass es eine gute Sache ist. Oh krass, nicht schlecht. Aber DLRG, ihr seid doch auf dem Wasser unterwegs und rettet Leben quasi. Wir sind die größte Wasserrettungsorganisation der Welt. Wow, ehrlich, der Welt, ja? Ja, also wir machen es wirklich überall. Wir sind die größte Wasserrettungsgesellschaft der Welt, tatsächlich. Wahnsinn. Und das macht uns Spaß, und wenn wir nicht mehr im Herzen dabei wären, dann würde das nicht funktionieren. Definitiv nicht, weil ihr das ehrenamtlich macht und dann hat Spaß noch sagt, ihr rettet Leben. Wahnsinn, großen Respekt dafür. Wir haben auch ganz viel hier ausgestellt, mit was wir so arbeiten. Rettungsbretter und Strömungsbretter, Ausrüstung. Und der kann zu allen Sachen mal vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Ich kann zu allen Sachen was erzählen. Also hier vor uns zwei solche aufblasbaren Bretter, die sind tatsächlich aufblasbar, wenn man sie sozusagen Luft ablässt, sind sie relativ klein, kompakt verpackt. Man kann sie super ins Auto parken, zum Beispiel aus so einem kleinen Rucksack probaten. Kann man überall mit hintragen. Man kann hinpaddeln, entweder eben liegend auf dem Brett mit den Armen oder auf diesem Stata-Paddleboard mit dem Paddel zusammen zu den Patienten hinfahren, den Retten auf das Brett aufnehmen und zurückpaddeln oder sich eben jedenfalls von einem Boot dann Unterstützung holen und das den Patienten dann so schon mal gesichert. Verkauft ihr die oder warum stehen da Preise dran? Da stehen Preise dran, weil wir das alles selbst finanzieren als DLRG. Wir sind ja spendengetragen. Das heißt, es geht im ersten Video darum, dass hier Mitglieder zu uns kommen, dass Mitglieder ihren Mitgliedsbeitrag zahlen jedes Jahr und dass aber eben auch externe Spender uns eben Spenden überlassen, mit denen wir dann solches Einsatzmaterial, wie zum Beispiel Rettungsbretter, SUP-Boards oder auch medizinische Ausrüstung kaufen können und damit dann eben Menschen getrennen. Alles klar. Und ihr stellt es jetzt quasi aus, bepreist das Ganze, damit nachvollziehbar ist, wo das Geld quasi hinfällt. Genau. Wir zeigen einfach mal, wie viel das auch alles kostet und wo das Geld am Ende tatsächlich verdoppelt wird. Ja. Ist er schon gerettet oder wird er gerade gerettet? Ist er noch zu retten? Genau. Was man hier darstellt, ist natürlich eine statische Situation. Es ist immer schwer so darzustellen, was wir eigentlich machen, wenn kein anderer daran arbeitet. Grundsätzlich geht es hier aber eben um den medizinischen Part, den wir auch abdecken. Da einmal diesen Medizin-Rucksack, den wir haben, der eben relativ viel Geld in den Kopf kostet, mit dem Transportmaterial, was daneben steht, wenn der Patient dann gerettet worden ist, um ihn aus verschiedenen Bereichen eben irgendwo hin transportieren zu können, wo der Regelrettungsdienst dann hinkommt. Und man sieht dann hier eben diese Reanimationsgruppe, die wir auch für Ausbildungstrecke benutzen, die uns eben auch doch recht viel Geld kostet für das, was sie kann. Sieht man dann hier schon vorversorgt mit eben dem entsprechenden Atemwegsmanagement, Beatmung und auch dem entsprechenden Trainings-ARD-Defibrillatoren, die man dann unseren Teilnehmern an den Lehrgängen beibringen kann. Die wahnsinnig große Verantwortung, die ja auch damit herkommt, oder? Ja, auf jeden Fall. In dem Moment geht es einfach um Leben und Tod. Habt ihr schon, oder hat jemand von euch schon Momente gehabt, wo es so kritisch war, dass es nicht mehr geschafft wurde? Definitiv. Wir haben auf jeden Fall Mitglieder, die in diesem Bezirk auch schon Leben verloren haben. Das ist gar keine Frage. Wir haben auch schon Mitglieder, die in diesem Bezirk auch schon Leben gerettet haben. Tatsächlich deutlich mehr, als die Leben verloren haben. Aber auch das passiert. Das gehört dazu, auch mal jemanden nicht retten zu können. Das ist auch Teil unserer Arbeit. Und das sind auch Dinge, mit denen wir uns taktisch beschäftigen. Gibt es vielleicht ein sehr emotionales Mal, an das ihr euch erinnert? Man muss sagen, jeder Einsatz ist anders. Man kann nichts miteinander vergleichen. Jeder Einsatz steht für sich. Der ist auch abgeschlossen für sich ein Ereignis, was einfach passiert. Deshalb ist auch immer diese Frage nach diesem krassesten Einsatz. Ich verstehe die Frage auf jeden Fall. Nachholten muss ja. Sie ist gerechtfertigt. Das möchte ich nicht abstreiten. Aber es ist eben, jeder Einsatz steht für sich. Jeder Einsatz hat für sich so ein bisschen seine Höhen und Tiefen. Und es gibt keinen Einsatz, wo ich sagen würde, der war richtig cool. Also ja, in der Teamarbeit vielleicht. Aber nicht so, dass ich sage, der war entspannt. Und einen anderen Einsatz, wo ich sage, der war richtig scheiße. Das ist gar nicht so. Es gibt Einsätze, die funktionieren im Team wirklich super. Da sagt man, ey, der hat Spaß gemacht. Es gibt Einsätze, die sagt man im Team, da kann man noch was verbessern. Aber es geht immer noch um den Patienten und es geht immer noch um das Leben des Patienten. Und von der Ausgangssituation her ist jeder Einsatz irgendwie anders. Aber trotzdem gibt es da nicht so diese spektakuläre Geschichte dazu. Es geht immer darum, das Leben zu retten. Und das steht auch so im Vordergrund für uns. Bei euch arbeitet man eigentlich nicht alleine. Man ist immer im Team, oder? Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir sind nie alleine. Wir sind immer im Team unterwegs. Und da muss man sich aufeinander verlassen. Und es gibt immer welche, die das Team anleiten. Und da gibt es auch nicht, das will ich jetzt aber nicht. Da muss man machen, was einem gesagt wird. Und das macht man dann auch gut und gern. Aber man ist nie an den Patienten alleine. Niemals. Also das gibt es eben einfach nicht. Und wenn wir zusammen irgendwo sind, dann ist man auch immer gemeinsam dabei. Aber wie gesagt, wenn wir das nicht gern machen würden, dann würden wir nicht so viel Freizeit dafür aufbringen. Und ja, und das ist einfach, das ist so ein bisschen unser zweites Leben neben dem Beruf. Das ist unser zweiter Beruf, der aber nicht bezahlt wird. Aber es ist total schön, wie du davon sprichst. Man merkt so richtig, wie du darin aufgehst. Genau, es ist voll mein Ding. Und deswegen bin ich auch dabei und bleibe auch dabei und genieße das immer wieder. Und wir feiern ja auch viel zusammen. Wir arbeiten ja nicht nur zusammen, wir feiern ja auch. Stimmt. Zehn Jahre, zehn Jahre DLRG Berlin-Köpenick. Das wird heute hier gefeiert. Genau. Richtig. Okay, dann lass uns gerne weitergehen. Was gibt es da noch Schönes? Ein bisschen Rettungsmaterial und auch immer so zwei Schaufensterbupen, die so ein bisschen die Bekleidung von uns machen. Da haben wir einerseits auf der linken Seite eine Schaufensterbupen, die so ein bisschen den Bereich Katastrophenschutz, Wasserrettung abdeckt. Da braucht man eigentlich alles an Material, um so einen ganz normalen Wasserrettungseinsatz, beziehungsweise Katastrophenschutzeinsatz, was ja auch in der Zeit mittlerweile immer häufiger wird, wenn man jetzt gerade mal nach Bayern guckt oder so. Es ist eben Material, was man braucht, nur allein, um eine Person auszustatten und dabei noch gar nicht ein Menschen rettet. Da geht es eben um die Jacke, um die Hose. Man muss auch irgendwie was unter der Jacke tragen, T-Shirt, Fiesjacke, vielleicht je nach Wetterbedingungen. Man braucht was auf dem Kopf. Man braucht einen Helm, den Sie wie hier an der Seite. Der Helm braucht eben auch entsprechende Lampe, wenn es mal dunkel wird. Vielleicht noch ein bisschen Augenschutz, falls ich doch mal was arbeite, wo Splitter abgehen können. Wir brauchen eine Säbe hier unten ganz gut, eben entsprechende Sicherheitsschuhe, dass einem auch auf den Zähnen nichts passieren kann, dass es einem da auch überhaupt nicht geht. Ja. Was ist so alles an Material, was ich brauche, allein um einen Retter auszustatten, der im Katastrophenschutz oder Wasserrettungseinsatz arbeitet? Das ist schon verdammt viel Material. Vorhin sind hier auch noch so eine Auflistung an Preisen dran. Und da lagen wir ungefähr bei 750 Euro allein an Bekleidung für diesen Menschen hier, damit er in den Einsatz gehen kann. Das muss man sich mal vorstellen. 750 Euro allein, damit ich in den Einsatz gehen kann. Und dann noch mit dem dazu gelieferten Material, was auch alles Geld kostet, den Menschenleben retten kann. Ja. Aber ist ja auch wichtig. Es bringt ja nichts, wenn ihr versucht, Menschenleben zu retten und am Ende selber runterleidet. Genau. So ist ja auch nicht der Weg. Genau. Wir sehen hier einen Retter, der dafür ausgestattet ist, eben ins Wasser zu gehen. Er trägt offensichtlich eine Rettungsweste, die dafür gedacht ist, um ins Wasser zu gehen. Die eben auch noch ein bisschen schnick- schnackt dabei hat. Wie zum Beispiel ein Messer, was im Wasser besonders wichtig ist, wenn ich zum Beispiel mit Seilen arbeite, um mich doch im Notfall losschneiden zu können und nicht irgendwo festzuhängen und dann selber zu erträgen. Weil das wollen wir alles nicht. Auch der Helm ist eben anders, als der Helm, der den anderen dabei hat. Da er dafür geeignet, zum Ström des Gewässers zu geben und eben dort eben nicht mit dem Helm vom Kopf reist, der dann selber an seinem eigenen Helm sozusagen erträgt. Wie ruft man euch eigentlich? Also kommt ihr zusammen mit der Feuerwehr? Will informieren die euch oder müsste ich euch dann anrufen oder wie kommt das zu euren Einsätzen? Das ist von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich. Grundsätzlich kann man sagen, über die Einsatz 2 erreicht man alle Rettungskräfte, die wichtig sind. Das heißt, wenn ich bei der Einsatz 2 anrufe, in der entsprechenden Leitstelle rauskomme, dann können die alle Einsatzkräfte nachfolgen. Das heißt, die können Feuerwehr-Rettungsdienst schicken und sie können auch, wenn die DLRG dort in meinem Kreis eingebunden ist, auch die DLRG alarmieren. Also grundsätzlich ist es schon so, dass ihr dann von den jeweiligen Stellen, die wir dann anrufen, wie die Feuerwehr zum Beispiel mit informiert werdet, wenn der Not am Mann ist und nicht sagt, dann kommt mit und dann stellt ihr ein Team zusammen. Beziehungsweise du bestimmt auch, ist das wieder deine Aufgabe? Das wäre zum Beispiel eine meiner Aufgaben, genau. Du sorgst dann dafür, wer damit rausgeht? Genau. Seit wann gibt es die DLRG? Die DLRG hat sich 1913 gegründet. Wow, ist ja schon ewig. Ist schon eine Weile her, ja. Wüsste ich nicht, das ist so lange? Mittlerweile 110 Jahre oder 11 Jahre mittlerweile. Hat sich nach dem Brutunglück irgendwo ein Ausziehen ereignet. Genau, da gab es ein Fährunglück, wollte anlegen, dabei ist der Fähranleger sozusagen kaputt gegangen. Sind viele Menschen bei ertrunken, weil es eben niemanden gab, der adäquat Hilfe leisten konnte. Und dann haben sich ein paar schlaue Menschen zusammengesetzt und dann gesagt, wir müssen das ändern. Wir müssen Leute ausbilden, die da retten können und die da adäquat Hilfe leisten können. Und so ist die DLRG sozusagen entstanden. Die gibt es mittlerweile seit mehr als 100 Jahren. Und wir arbeiten stetig daran, mehr Menschen zu retten. Nicht schlecht. Ey, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für all die Infos. Danke fürs Interview. Habt eine Menge dazugelernt auf jeden Fall. Dankeschön. Dann hoffe ich, habt ihr gleich ganz viel Spaß. Um ungefähr 22 Uhr die Richtung geht es los. Dann kann ich euch hoffentlich eine Freude bereiten. Und wir freuen uns drauf. Cool. Okay, ich muss unsere privaten Gespräche hier unterbrechen, weil ich einfach mit euch teilen muss, was sie mir gerade sagt. Ja, also ich habe gerade gesagt, dass es so toll ist, dass Sherry das auf ihrem Kanal mal teilt und mal aufmerksam macht, wie wichtig die DLRG ist, dass wir hier in Köpenick ja im wasserreichsten Bezirk Berlins wohnen, dass es einfach so wichtig ist, dass es uns gibt. Und wir sind in unserer Freizeit für euer Leben unterwegs. Also eure Sicherheit in unserer Freizeit. Wir verdienen kein Geld. Und es wäre total schön, wenn der eine oder andere mal bei uns vorbeiguckt und vielleicht auch mal eine Kleinigkeit für uns spendet. Wir sind für alles bereit und offen. Und vielleicht möchte der eine oder andere ja auch mal sagen, ey, das wäre was für mich und gerne mal bei uns mitmachen. Wir sind hier in der Obersprichstraße 181 und kommt gerne mal vorbei und informiert euch über die Arbeit bei der DLRG-Trieb zu Köpenick. Ja, sehr, sehr cool. Auch ganz, ganz großen Respekt, dass ihr das wirklich alles ehrenamtlich macht. Wahnsinn. Ohne Herzblut geht es nicht. Und dann würde man auch nicht so viel Freizeit dafür opfern. Ja. Und wir machen das gerne. Wir machen das wirklich alle sehr gerne. Und wir sind ein tolles Team. Wir arbeiten zusammen, ist auch ernsthaft. Aber wenn wir Spaß haben, dann haben wir auch Spaß miteinander. Und den haben wir heute. Trotzdem ganz, ganz großen Respekt an dich und alle deine Kollegen. Absoluter Wahnsinn. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal zu spenden. Also wenn ihr den ein oder anderen Euro über habt, dann supportet sie gerne. Ich habe jetzt unter diesem Video in der Infobox den Link mit reingepackt. Einfach mal draufklicken und dann könnt ihr da gerne Spende da lassen. Und dann könnt ihr da gerne mal draufklicken. Seid ihr noch wach? Und so zu sehen ist, dass ich da bin. Ja. 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 Wach, reibst du hier? Das ist ein gutes Bokeh in der Infobox. Ja. Ja. Also von hier kommt jetzt die Musik quasi. Deshalb klären die Jungs gerade mal die Musik. Ähm. Mir wird sogar ein Mund nicht herangestellt. Das ist sehr schön. Dann habe ich nicht nur die Boxen allgemein. Und ja. Da drüben ist meine Fläche. Da gehen wir jetzt mal hin und dann fange ich auch mal langsam an aufzuhören. Genau. So sieht es hier ein bisschen aus. Gucken wir uns mal die Führungen. Was hat Oli schon gemacht? Wem wird denn alles verzündert? Das ist gut. Ich zeige euch mal, was ich hier heute alles Schönes dabei habe. Von Nico Fireworks, die Vengalen. Und das sind Stroke Vengalen. Diese kleinen Jets sind ihr einziges Bühlen von T-Jets. Zehn Meter. Und ProMagic sind so kleine Vengalen-Slammen. Die sind maximal einen Meter oder sowas hoch. Das sind halt nicht richtig Fontaine. Einmal Silber, einmal Rot im Szenenbild. Und dann haben wir noch die Fontaine von Abel Feuerwerk. Auch sehr, sehr gut. Auch Tier 1 Fontaine. Auch in den Spiel liest ich sehr gerne sehr oft. Heute kommt sie auch dann im Hintergrund zum Eisland. Eben halt auch nochmal ein wunderschönes Bild. Das seht ihr alles in der Show, wie ich mir das gedacht habe. Jetzt baue ich jetzt mal meine Feuerschau-Sachen auf. Und das LED gibt es dann auch noch. Oha. Und die kleine Scotty ist auch wieder mit dabei. Wie soll das in der ballots answer closest plateiers? März bitte? Sie kommen mal aus einem von denischen福algianischen Trip. Ja, guten Job. Üружer. Du hast sagst doch nicht immer Guten Job? Attacke. Ich höre. Typ spantest du dich zu müssen. Ich syst photography. Ich freu sie. Ich führe es gerne zwei oder schwere es. Ich slopes habe ein Innovation mit der Bilder shoe compile-LeuteGet. Was? Es wird einfach gut, glaube ich. Das Beste ist, wenn wir kommen. Um meine Feuer genütet zu lassen, benutze ich noch alte Wundersetting. Mal gucken, ob es heute gut riechen wird für die Show. Dankeschön für die Romantik. Irgendwann hat mir Duftöl mitgegeben. Wir werden sehen, ob das so unterschiedlich ist. Heute gibt es Duftöl in der Show. So, jetzt habe ich noch meine Fontänen für die Hand. Damit habe ich schön die Funken an mir dran und überall. Beste Kirete hier von Lightholt. Aber das guckt findet ihr auch in der Infobox. Hängstiger bin ich. Hängstiger bin ich. Wir gehen in die Fahne ab, Leute. Wir gehen in die Fahne ab. Hange! Hängstiger bin ich. ZERO 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 malstunde zehn jahre die allergie schon richtig romane drin ich habe fertig ich hoffe es klingt nicht so kitschig ja wir kommen so romane im kopf was ich darüber denke sehr schön ja vielen dank sehr schön wird immer in erinnerung bleiben ich warte auf meine wiederbelegung bis es soweit ist leute folgt beim kanal damit ihr kein weiteres video verpasst like dieses video und schreibt mir gerne wie es gefunden habt bis zum nächsten video tschüss